Zur Unterstützung des Stabilisierungsplans des Bundespräsidenten, so Hofer, habe die Luftwaffe daraufhin ihre Meinung geändert. Also mit dem Felken 900 nach Dübendorf und von dort mit dem Helikopter entlang Landquart durchs Prättige nach Davos. Die Reisezeit beträgt etwa anderthalb Stunden und ist damit etwa doppelt so lang wie die Fahrt direkt von Lugano aus. Und es dauerte eine Stunde, bis Präsident Cassis einen Chauffeur bat, ihn in einer Bundesratslimousine mitzunehmen.